Haben wir nix verkauft? Oh mein Schädel, gerädert ohne Ende, einen wunderschönen guten Morgen. Ich dachte wir hätten eigentlich was verkauft, nur Kenta hat heute Geburtstag, ne, ich weiß gar nicht was der mag, so Leben vom Land, wir kommen beim Leben vom Land, hier sind wieder ein paar, zwei dritte Tipps für euch, spitzt die Ohren, Fischfokus, Aale, Aale können dem Mond sich angefangen werden, aber nur im Frühling und Herbst und dann verregneten Abenden, ah, Wahrsage, aber ich fühle jetzt auch schon ab, die Geist sind heute etwas genervt, das Glück wird nicht auf deiner Seite sein, na, klasse, und der Wetterbricht, mal kurz zum Teil 2, klick mit einer leichten Prise, erwarte deine Menge Pollen, eine Menge Pollen, aha, 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 gut, dann erwarten wir mal eine Menge Pollen, so, einmal, zweimal, dreimal, dreimal, viermal, so, dann machen wir erstmal den Quarz hier raus, und tun den Quarz mal nicht da rein, sondern hier rein, da kommt dein Nimmchen, ich weiß noch nicht, was wir mit Quarz anstellen können, ja, so gut, Mann, so, wir müssen heute nochmal zu Pierre, weil, Aldi-Waldi, ähm, erst mal auffüllen, warte, machen wir erst mal so durch, kommen wir besser hin, genau, so, doppelt gegossen, hält besser, ähm, zu Pierre, um hier das wieder aufzufüllen, ach, guck mal, das ist jetzt hier schon wieder weg, das ist alles, das ist blöde, aber hier ist noch nichts sonst fertig, ne, da hat die Fee echt ganze Arbeit gelassen, ach, hier nichts, was wir gepflanzt haben, wir haben aber Sachen gepflanzt, oder nicht, ja, da sehe ich, ist ja auch schon weg hier, ja, wir müssen da wieder was pflanzen, auf jeden Fall, das machen wir gleich, machen wir gleich, jetzt erstmal alles gießen hier, ich hatte ja gedacht, oder gehofft, dass wenn wir auch jetzt die gute Kanne haben wie hier, dass wir das besser hinkriegen, aber, ähm, oder weniger Energieverbrauch haben, aber Pustekuchen, muss ich sagen, wir haben fast genauso viel Energieverbrauch, und, ähm, ziemlich traurig, eigentlich schon echt ein bisschen traurig, ah, die Energie, ey, gucken wir, die Energie, wie niedrig die schon wieder ist, Alter, das ist schon, ist schon heftig, ist schon echt heftig, aber, ich hab's mir jetzt so ausgesucht, weil ich dachte, gut, das ist, boah, so ein ertragreicher Frühling werden, hier richtig Kodo zusammen haben, dass wir uns unser Haus verbessern können, dass wir jetzt mal alle anderen Sachen endlich machen können, und, dass wir nicht die ganze Zeit so rumkrebsen hier, und Iridiumbarren möchte ich gerne, ich möchte gerne noch mehr Iridiumbarren haben, huch, ich weiß nur nicht, wo ich die herkriegen soll, ich muss mal gucken, wo ich die herkriege, so, einmal, und, und wir müssen mehr von denen bauen, was kosten die eigentlich, Kupfer- und Eisenbarren, guck mal hier, Qualitätsprünge, so, einmal, ach, ich finde es cool, dass es jetzt so ist, guck mal, wenn die öfter rauskommen, dann essen die auch nicht so viel, das ist ganz gut, so, warte mal, dann hauen wir mal die schlechteren Eier rein, wieder, direkt, Devil, so, Devil McCry, so, einmal, zweimal, dreimal, und, so, hier, okay, und dann hauen wir das mal das rein, das rein, das rein, das rein, so, jetzt gehen wir raus, so, schaut mal, süßen, jetzt hab ich hier ein Pfeilgehege, ist das nicht schön, ja, 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 so, und für die Kühlung muss ich das auch noch bauen, ey, oh, 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 so, 1, 2, 3, das hier noch, und, ey, gönn, muss auch passen wegen der Energie, so, einmal, okay, das zieht 4 ab, okay, 25, so, jetzt haben wir noch 21, oh, jetzt wird's echt kritisch, oh, ist das kritisch, so, okay, so, dann gehen wir gleich hoch, boah, ey, heftig, okay, ähm, verbraucht das Energie, nein, ich dachte, hallo, so, dann machen wir auch wieder eine Tür hin, so, wir machen das hier gleich, wir machen das mal richtig schön groß hier, oder, ich meine, die Tiere, die brauchen ja, hallo, hallo, die brauchen ja freien Lauf hier, so, machen wir hier nochmal um die Ecke, hallo, so, okay, machen wir dann hier weiter, alter, und, ah, genau, das würde ich auch mal machen, und hier ist noch nichts, ich will eigentlich unbedingt mal abholzen, echt abholzen, 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 und dann mal schön Setzlinge setzen von den ganzen Bäumen, und dann mir da so ein bisschen einen kleinen Wald zu machen, und um hier diese hier noch zu machen, wie heißen sie, äh, die da, Holz- und Kupferbarren brauchen wir nämlich dafür, jetzt haben wir mehr als genug Kupferbarren, glaube ich, wir haben nicht super viele, und wir müssen halt nur Kohle mal wieder ran schaffen, aber wir gehen jetzt erstmal baden, und, äh, gucken erstmal, dass wir wieder hier fit werden, äh, morgen ja Mordspollenflug ist, vielleicht sollten wir die Sprinkler noch bauen, weiß es nicht, ich weiß nicht, wie gut die Sprinkler sind, wir müssen mal gucken, was die für einen Radius abdecken, also die einen decken ja 3, 3, 3, ne, also 9 ab, oder oben 3, Mitte 3, also ringsherum 3, aber jetzt erstmal, ah, so, ah, ja, ah, das ist mir ganz angenehm. In der Zeit kann ich mal was essen, oder was mir in den Mund stecken und was essen und eine Kleinigkeit trinken, hält das nicht so ganz so auf. Ähm, also, wir sollten jetzt runtergehen, das Gehege fertig machen für die Kühe, dann die Kühe mal rauslassen, äh, Dings noch bauen, ähm, Türen und sowas, und dann sollten wir gucken, ob wir vielleicht Sprinkler bauen, hm, und beim nächsten Mal, wenn wir in die Höhle gehen können, sollten wir vielleicht darauf achten, oder warte mal, wir gucken jetzt erstmal folgendes, also, hallo Robin, so, warte mal, jetzt möchte ich erstmal Hofgebäude errichten, genau, also, wir haben nur einmal, das will ich mir jetzt auch grad mal aufschreiben, so, Study Valley, so, wo hab ich mein, da, ich mein Stift, so, okay, also, gut, ich schreib mir jetzt grad mal, ich muss mir das jetzt mal grad notieren, also, Brunnen, vielleicht brauchen wir den ja auch nochmal, äh, der kostet 1000 G und 75 Stein, so, ich will mir das mal ja, bevor ich mein Katalog kauf, ein Silo, boah, Silo brauchen wir, glaub ich, nicht nochmal, oder, ich weiß es nicht, ah, eine Mühle, eine Mühle ist, glaub ich, auch mal wichtig, wenn wir die mal bauen wollen, Mühle, die kostet 2500, Gold, 150 Holz, ähm, 50 ST und 4 Stoff, oh, okay, was haben wir noch, ein Schuppen, Schuppen wäre auch richtig, eigentlich, kann ich den grad bauen, ey, ich könnte den bauen, lass den mal bauen, oder, Schuppen, 15.000 Holz und 300 Holz, okay, nächstes, Pferdestall, genau, das war's auch, ich nenn das mal nur Pferd, das sind 10.000, 100 Hart, haha, nenn ich das, und 5 Eisen, 5 Eisen, krass, richtig viel, so Schleim brauche ich jetzt erstmal nicht, aber Luxushühnerstall, bietet Platz für zu, kommt, ähm, Auto-Füttersystem, schaltet der Hasens frei, what, cool, äh, Luxus, cool, ähm, 20.000, alter, ein Futterautomaten, das ist natürlich geil, 200 ST, das ist ja sehr, sehr nice, okay, großer Stall, okay, großer Stall, so, ich weiß, es ist jetzt nicht so spannend, dass ich das alles aufschreibe, aber, ähm, es ist jetzt wichtiger, dass ich das mal aufschreibe, ja, dann können wir immer mal wieder nachgucken, weil ich dieses hässliche Rumgerenne nicht mehr, das hier, so, ein Hühnerstein, normal, ja, okay, 4.000, aber der kostet 12.000, 200 Steine, okay, das hätten wir auch, also das könnten wir auch mal einen großen Stall, schaltet Ziegen frei, um wirklich Tiere Nachwuchs zu bekommen, mhm, wie das auch immer passieren mag, aber, am cool, ich überlege gerade echt auf den Schuppenbauen, okay, oh, wir können den nicht bauen, so, komm, warte mal, wir könnten den natürlich hier hinbauen, das wäre schon fett, oder, sollen wir den hier, nee, hier ist ja voll Kokolores, ne, aber ich glaube, hier wird der sich doch voll gut machen, oder hier hin, weißt du, haben wir einen Schuppenbauer, weil dann haben wir die Eier und sowas, ey, das ist doch geil, warte, wir gucken nochmal, was kann das, könnten den natürlich auch hier hin machen, aber es würde halt so viel Sicht wegnehmen, ich finde den fast besser, wenn wir hier hinbauen, komm, wir bauen den jetzt einfach mal hier hin, warm, nice, so, okay, ich werde morgen mit der Arbeit anfangen, geil, ey, so, erstens haben wir dann den Schuppen, zweitens haben wir das Geld gut investiert und, ich meine, ja, es war jetzt teuer mit 15.000, aber ich habe das Holz auch jetzt gehabt und wir wollen eh noch Holz hacken und guck mal was, da ist, ein Meerrettich, Wildermeerrettich, sehr schön, so, nehmen wir den mal mit, ah, klasse, so, jetzt hack ich das hier nochmal ab, oh, hat kein Heu gegeben, leider, ja, ihr Süßen, ihr seid so nütlich, so, einmal, zweimal und das hier, ach, das können wir mal hier stehen lassen, aber jetzt müssen wir eh nochmal, erstens, 1, 2, 3 Tore bauen vielleicht, so, und dann nochmal hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so, okay, endlich mal hier, das hätten wir eigentlich schon alles viel früher machen sollen, ich habe es nicht gemacht, so, das war halt nur das Problem, ja, Problem, weg, so, das Problem, so, erstmal hacke ich hier den Baum weg, nicht weil ich ihn nicht mag, sondern einfach, weil er stört und weil wir eh Holz brauchen, zweitens, so, hier haben wir jetzt das Tor, das eine, so, und das Ding ist jetzt, damit wir hier nicht die ganze Zeit mal außen rum gehen müssen, ähm, mache ich jetzt mal folgendes, ähm, mache ich jetzt nochmal ein Tor hier rein, so, zweitens, hacke ich hier den ganzen Boden wieder weg, weil das ist sinnlos, so, wir müssen eigentlich noch zu Piers, scheiße, noch zu Piers laden, hat der noch auf, hat der noch auf, hat der noch auf, hat der noch auf, äh, jo, genau nicht mehr, so, okay, können wir das hier aufmachen, ja, kommen die jetzt raus, oder trauen die sich nicht, können die das ja mal offen lassen, können die das ja selbst entscheiden, so, also, machen wir jetzt mal einfach folgendes, ich, erstens, muss ich leider diese wunderschönen Bäume hier einfach mal abhacken, weil sie doch ein bisschen im Weg sind, auch wenn es mir leid tut, auch wenn sie eigentlich echt schön sind, so, aber ich will, den hier hinten, den lasse ich, das finde ich eigentlich so ganz schön anzusehen, ja, hast ja recht, der ist auch noch okay, aber die hier müssen weg, so, das weg, das weg, so, die sind schon wieder drin, seht ihr, das können wir eigentlich auch lassen, so, dann gehen wir mal hier rüber in den, in den, Alter, es ist echt viel zu viel Holz hier, viel zu viel Holz, so, weg damit, weg damit, weg damit, so, ich weiß, es tut mir leid, und ich weiß, es ist auch halt alles doof, dass ich das jetzt hier abhacken muss, aber es hilft sonst nichts, und bevor, bevor wir uns jetzt hier, nämlich hier voll ballern mit dem Kram, so, machen wir die erst nochmal ab, so, die nochmal ab, so, die nochmal ab, jetzt machen wir hier folgendes, jetzt machen wir hier hinten, machen wir alles radikal weg, ich glaube, das wird von der Energie nicht mehr reichen, aber, das ist mir jetzt gerade mal Wurs, so, und dann machen wir Ahorn, genau, so, Ahorn, dann machen wir mal hier hinten einen reinen Ahorn-Wald, und gucken nochmal, was so Ahorn-Dings, äh, A, gibt es jetzt viel Holz, und B, haben wir dann Ahorn, und dann Kiefern, und hast du nicht gesehen, so, kriegen wir das jetzt hier alles noch, oh, jetzt eigentlich, wir kriegen das nicht, ja, Hund, du bist ein bisschen im Weg, so, weg damit, die Achse raus, also zum Zimmermann, so, genau das, das hier auch noch, oh, das ging aber schnell, so, jetzt muss hier aber auch alles echt radikal raus, aus dem Boden, weil, sonst haben wir nämlich das Problem, diesen Wechselkram, nach dem wir nicht wollen, oder besser gesagt, den ich nicht will, so, Alter, Schwede, Alter, ist das viel, so, komm, 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 so, Eichel, na, Eichel, also, Eichel ist, äh, Ding, äh, Eichel, äh, hat Eichel gesagt, ist klar, so, warte mal, ähm, Zapfhahn, genau, das haben wir, Kiefern wollen wir nicht, sondern Ahorn oder Eichel, so, so, einmal, warte mal, was bringt denn der an Energie, okay, komm, wir hauen den mal rein, jo, so, einfach, dass wir nochmal ein bisschen Energie bekommen, hallo, ich hätte mir ja irgendwas, dass wir mehr Energie oder schneller Energie bekommen, vielleicht sollte ich auch mal mehr Spiegeleier machen, ich glaub, die, ich glaub, die geben so ziemlich viel Energie, oder, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber ich meine, es gibt schon viel Energie, das Ding, muss mal gucken, muss mal gleich gucken, äh, können ja mal, so, 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 genau, das weg, komm, das ist, ah, Ahorn, hallo, so, Ahorn, so, alles, oh, Alter, oh, warte mal, das hier noch alles weg, okay, so, dann müssen jetzt die Bäume, die müssen jetzt auch noch alle weg, die müssen weg, aber wir haben schon ziemlich spät wieder, herzen, echt, das ist einfach unglaublich, wie da, wie hier die Zeit vergeht, das ist gefühlt, als hätte ich, äh, Stunden, äh, gebraucht, aber fast nichts geschafft, so ungefähr, so, wir gehen jetzt auch mal gleich schlafen, sodass wir morgen mal voller Energie sind und nicht so im Eimer, wir müssen zwar trotzdem schlafen am nächsten Tag, äh, schlafen gleich in, äh, in die Dings, da kommen wir mal, dass wir schon mal anfangen können, als wir hier sind, wir fangen mal mit den Eicheln an, wir machen jetzt erstmal hier Eicheln hin, so, und zweimal was so, dann, nein, 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 ah ja, das geht, okay, dann setzen wir hier eine hin, so, und dann, ähm, würde ich zwei freilassen und wieder eine hin, und eins, zwei, Alter, nein, ja, so, hier würde ich eine hin, da würde ich eine hin, so, wieder zwei freilassen und da eine hin, ach, das war jetzt blöd, so, ist das jetzt richtig für Abstand, eins, ich hab jetzt, äh, so, also, ja, jetzt ist es schon wieder spät, ne, eins, zwei, hey, bin doch blöd, also, war doch richtig, so, eins, zwei, ja, stimmt, okay, wir gehen jetzt schlafen, äh, bevor ich jetzt da die ganze Zeit wieder, äh, ticke, willst du nicht rein, okay, so, lassen wir das erstmal mit den Hündchen hier sein, so, die Tür, die können wir nämlich dann draußen begrüßen, das wäre immer ganz schön so, wir gehen jetzt schlafen, wir gehen jetzt gleich schlafen, 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 nicht, dass ein Uhr wird, sodass wir die Energie komplett auffüllen, ins Bett gehen, auf jeden Fall, gute Nacht,